Warum heißt es, die Leber wächst mit ihren Aufgaben? So hieß mal ein Buch von mir, ein Bestseller, und seitdem ist das so eine Art geflügeltes Wort geworden. Was ist da medizinisch dran? Tatsächlich wächst die Leber erstmal, wenn wir ihr Gifte zuführen, allen voran Alkohol. Die Leber lagert Fett ein. Die Fettleber ist eine inzwischen der häufigsten Leberstörung und die wächst erstmal. Aber dann passiert das Gegenteil. Wenn die Entzündung permanent ist, dann schrumpft das Bindegewebe und dann gibt es die berühmte Leberzirrhose, die Schrumpfleber. Also die Leber wächst nur am Anfang mit den Aufgaben. Wenn wir weiter zerstörerisch mit ihr umgehen, dann schrumpft sie wieder. Aber die frohe Botschaft ist, wenn es noch nicht zur absoluten Schrumpfung gekommen ist, dann kann man zum Beispiel auch durch ein Dry Genray seiner Leber eine Atempause geben und dann erholt sie sich. Ziemlich gut sogar.